Was dieser fette Kasten hier auf meinem Tisch zu suchen hat, das erfahrt ihr jetzt im Video. Hallo, seid gegrüßt, ich bin der Uwe und heute gibt es ein neues Video für das Gaming Magazin Play Experience. Wer hätte das gedacht? Und am heutigen Tag, im heutigen Video, möchte ich euch die neue Soundbar von Razer vorstellen. Die habe ich nämlich testen dürfen und sie hört auf den tollen Namen Leviathan Version 2. Sie wird doch als Leviathan V2 bezeichnet, aber V2 erinnert mich irgendwie immer an einen beschissenen Marschflugkörper. Jedenfalls ist das hier kein beschissener Marschflugkörper, sondern eine Soundbar. Und ich finde, sie ist sehr schön gestaltet, sehr schön gelungen, aber ich gehe auch gleich nochmal aufs Design und auf die Verarbeitung ein. Ihr seht schon, die ist sehr handlich und das soll sie auch sein, denn sie soll ja quasi unter euren Monitor passen, also zu Füßen des Monitors stehen. Und um das zu gewährleisten, hat sie auch spezielle Füße, die auch abnehmbar sind. Es liegt noch ein zweites Set Füße bei, in einer anderen Formgebung, damit ihr diese Soundbar also vor eurem Monitor platzieren könnt. Und das ist aber auch bei manchen Monitoren ein bisschen schwierig. Also ich würde jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass die Soundbar überall passt. Dennoch, bei mir passt sie und das ist auch gut so. Und heute möchte ich euch dieses schöne Stück vorstellen. Es gibt also auch ein Vorgängermodell, die bisherige Leviathan, die hatte unter anderem hier keine RGB-Beleuchtung. Hier ist nämlich eine RGB-Lichtleiste eingebaut und die könnt ihr dann natürlich auch mit dem Chroma Studio für euch selbst definieren, beziehungsweise die Beleuchtung einstellen. Also grundsätzlich haben wir hier ein Kunststoffgehäuse, recht dickwandig, wie sich das so anhört und anfühlt. Und es ist sehr, sehr robust verarbeitet. Also hier sind keine offenen Kanten, es wirkt quasi wie aus einem Guss. Und hier vorne gibt es dann eine Metallauflage mit ganz feinen Lochgitteröffnungen. Das Razer-Logo ist natürlich da drauf. Und ihr seht auch schon hier ein THX-Logo, denn diese neue Soundbar liefert auch THX Spatial Audio oder Spatial Audio. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Außerdem habt ihr hier oben auf der Deckplatte einige Tasten für die Bedienung. Einmal natürlich eine Taste, mit der ihr die Soundbar aktivieren oder deaktivieren könnt. Ihr habt zwei Tasten für die Lautstärke-Einstellung. Und es gibt eine Umschalt-Taste, zu der ich euch gleich erkläre, was man damit umschaltet. Und es gibt außerdem noch eine Bluetooth-Taste, denn ihr könnt das Gerät auch mit eurem Smartphone koppeln. Oder mit dem Tablet oder mit der Switch oder mit irgendwelchen anderen Geräten. Hauptsächlich ist die Leviathan V2 aber für den Betrieb am PC gedacht. Und dafür gibt es hier hinten auch einen USB-C-Eingang. Es liegt ein Kabel dabei. Es ist ungefähr 1,8 Meter lang. Ein USB-C auf USB-A-Kabel. Und dann habt ihr einen weiteren Eingang hier. Das ist für die Stromversorgung mit dem externen Netzteil. Und es gibt natürlich noch einen Anschluss für den Subwoofer. Warum jetzt dieser spezielle gewählt wurde? Das kann ich euch nicht sagen. Ich finde ihn ein bisschen unpraktisch, weil ich weiß, dass solche Anschlüsse gerne mal kaputt gehen oder ausleiern. Ich habe so eine Anschlüsse schon lange nicht mehr gesehen. Hier hinten seht ihr übrigens auch schon ein weiteres Feature, denn dieses Soundbar hat hier sogenannte passive Treiber. Das sind Gummimembrane, die hier weich gelagert sind. Und die sollen auch selbst aus dem Gerät so ein bisschen Bass rausgeben. Der kommt aber hauptsächlich aus dem schwarzen Kasten, den ihr am Anfang schon gesehen habt. Und das ist der hier. Das ist der Subwoofer, der an die Soundbar angeschlossen wird. Ein recht großer Kasten für so eine kleine Soundbar. Aber ich finde, er macht genau das, was er soll und ist auch nicht zu groß. Der nimmt dann unter eurem Tisch Platz oder wo auch immer ihr ihn platzieren wollt. Das Kabel ist auch knapp zwei Meter lang. Könnte ein bisschen länger sein, aber ist okay. Das Problem ist nämlich, ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch und wenn ich im Stehen arbeite, dann wird es schon ein bisschen knapp mit dem Kabel. Also er hängt noch nicht in der Luft, aber ist knapp. Nun ja, ihr seht schon, hier unten ist ein Basstreiber verbaut. Und dann habt ihr hier noch eine Bassresonanzöffnung. Und ansonsten ist das Gehäuse komplett aus Sperrholz, so wie das so bei Hi-Fi-Lautsprechern üblich ist. Die Installation der Leviathan Version 2 ist ziemlich einfach. Wie bei den meisten aktuellen Hardwaregeräten ist das ja fast schon selbsterklärend. Ihr habt in der Verpackung auch wirklich nur eine einfache Skizzierung. Da sind ein paar Schritte aufgemalt, aufgezeichnet. Und wenn ihr danach vorgeht, dann könnt ihr nichts falsch machen. Ja, also Stromzufuhr sicherstellen, Verbindung mit dem PC herstellen, Subwoofer anschließen, positionieren und schon ganz losgehen. Also Plug and Play quasi. Wenn ihr die Soundbar vollumfänglich nutzen wollt, müsst ihr natürlich die Razer Synapse Software installieren. Das geht auch recht schnell, aber mit der Software habt ihr halt Zugriff auf alle Funktionen der Soundbar. Unter anderem könnt ihr THX aktivieren oder auch einfach nur Stereo-Betrieb auswählen. Ihr könnt festlegen, wie der THX Sound wirken soll, ob er eher breit gefächert oder mittig fokussiert abspielen soll. Das macht natürlich Sinn, wenn ihr vor dem PC alleine sitzt. Außerdem könnt ihr definieren, wofür dieser Umschalter nun gedacht sein soll. Denn ihr könnt ein zweites Gerät auswählen, das aktiviert wird, wenn ihr diese Taste drückt. Das ist ganz praktisch, wenn ihr euren Kopfhörer dazu auswählen wollt. So könnt ihr zwischen Headset und Soundbar hin und her schalten. Mit der Soundbar hört ihr vielleicht gerade Musik oder ihr spielt ein Story-Game. Und wenn ihr dann doch mit Freunden zusammen ein bisschen Multiplayer spielen wollt, dann ist es sicherlich viel sinnvoller, das über ein Headset zu tun, mit dem ihr dann auch kommunizieren könnt. Denn hier ist kein Mikrofon verbaut. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch die Bluetooth-Taste und ihr könnt euer Smartphone oder euer Tablet damit verbinden. Das geht über eine ganz normale Bluetooth-Verbindung. Ihr könnt aber auch am Smartphone die Razer Audio App benutzen, um zum Beispiel den Klang zu verstellen. Oder ihr könnt auch die Chroma App benutzen am Smartphone, um die Beleuchtung einzustellen. Das geht natürlich auch mit der Synapse-Software am PC. Unter anderem habt ihr auch einen Zugriff auf einen 10-Band-Equalizer mit vordefinierten Presets. Ihr könnt aber auch selber ein Preset festlegen. Ich finde, dass der Sound wirklich so gut ist, dass ich gar nichts verstellen musste. Ich habe es ausprobiert, aber zum Sound komme ich gleich noch. Grundsätzlich habt ihr also alle wichtigen Einstellungen in der Synapse-Software parat. Und mehr braucht es eigentlich auch nicht. Im Chroma Studio regelt ihr eure Beleuchtung und könnt das entweder an euer Razer Setup anpassen oder an euer grundsätzliches Beleuchtungskonzept anpassen. Das ist wirklich umfangreich und gut nutzbar. Es ist nett, dass sie eine Beleuchtung hat. Für mich war das jetzt nicht relevant. Aber das ist eben ein Feature, was diese Soundbar von ihrem Vorgänger unterscheidet. Zum Sound der Leviathan V2 möchte ich natürlich auch was sagen. Erstmal was Technisches. Ihr habt hier vorne zwei ovale Fullrange-Lautsprecher verbaut, die auch im Bassbereich arbeiten. Außerdem gibt es zwei Hochton-Tweeter, die sehr präzise Hochtöne liefern. Und ihr habt wie gesagt hier hinten auf der Rückseite noch diese passiven Treiber. Der Subhoover regelt dann natürlich den Bassbereich und grundsätzlich deckt diese Soundbar wirklich ein sehr schönes Soundspektrum ab. Leider konnte ich auf der Razer Seite nicht wirklich viele Informationen zu der Leistung des Verstärkers finden oder was für eine Verstärkereinheit hier verbaut ist. Das konnte ich leider nicht rausfinden. Aber es ist für mich persönlich als Konsument auch gar nicht so wichtig. Für mich ist das wichtig, was quasi am Ende dabei rauskommt. Und das ist wirklich eine Menge. Wenn wir das Gerät anschließen, und das geht ja wie gesagt schon recht schnell, dann ballert es. Jetzt mal ein bisschen Mucke hier. Halbe Lautstärke. Das ist prima auch. Mein lieber Schwan. Kacke. Grundsätzlich ist die Leviathan V2 konzipiert, um Storygames zu spielen. Denn ihr müsst euch vorstellen, auch wenn ihr hier einen simulierten Surround-Sound habt, was ja spatial Audio quasi ist, dann habt ihr trotzdem nicht die perfekte Wahrnehmung, was zum Beispiel Steps oder Geräusche von Gegnern in Multiplayer-Spielen angeht. Grundsätzlich ist halt wirklich die Idee dahinter, hier eine voluminöse Klangkulisse für Storygames zu liefern. Und das tut die Soundbar wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Video wirklich gut rüberkam. Einfach nur ein paar Beispiele. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber was aus diesem kleinen Teil rauskommt, ist halt wirklich brachial. Und muss sich meiner Meinung nach auch nicht hinter irgendwelchen Konkurrenzprodukten verstecken. Zumal es auch nicht so viel Konkurrenz gibt in puncto Game Audio Soundbar. Es gibt natürlich viele Lautsprecherlösungen, aber so eine Soundbar, finde ich, ist eigentlich ein perfektes Gerät, um es hier unter dem Monitor zu platzieren. Da ist halt meistens immer Platz. Und naja, ich sag mal, wenn man mal schnell ein Video gucken will oder auch jemanden was vorführen will, ist es auch immer ganz praktisch, wenn du einen Lautsprecher hast. Ich muss halt wirklich sagen, der Klang ist wirklich phänomenal. Ihr habt wirklich wunderschöne, fette Bässe, ihr habt wunderbare, ausgeglichene Mitten, ein breites Spektrum und ihr habt sehr präzise Höhen dank der speziellen Tweeter, die halt verbaut sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein grandioser Sound und auch der THX Sound, also der virtuelle Surround Sound im unmittelbaren Nahbereich am Gerät ist phänomenal. Wie gesagt, ich finde, das bringen nicht viele Spiele aktuell gut rüber, aber was Filme angeht, bei Netflix, Serien, gerade die neue Serie, die neue Staffel von Stranger Things, damit klingt besser als am Fernseher. Und da habe ich auch eine Soundbar mit THX. Das Ding schließt irgendwie ein bisschen mehr auf, finde ich. Und der Preis ist meiner Meinung nach auch in Ordnung. Bei 250 Euro sind wir hier aktuell, was natürlich jetzt kein super Schnäppchen ist, aber ich finde, im Bezug auf die Konkurrenzprodukte ist das halt auf alle Fälle ein preiswertes Gerät. Vor allem, ihr bekommt halt einen echt fetten, saftigen Sound mit einem Subwoofer dazu und das Ding macht einen Lärm. Damit könnt ihr auch eine mittlere Hausparty beschallen. Das reicht völlig aus. Von daher, finde ich, ist der Preis absolut gerechtfertigt und wie gesagt, weit unter dem von aktuellen Konkurrenzprodukten. Ja, das war es eigentlich erst mal von mir. Ich bin wirklich überzeugt, macht einen guten Sound und ich freue mich, dass ich das Gerät hier ausprobieren durfte. Mal gucken, vielleicht kann ich Reza überreden, dass ich es behalten darf. Das wäre auf alle Fälle schön. Ja, wenn ihr Fragen habt zu mir, zum Video, zur Razer Leviathan V2, dann schreibt sie bitte in den Kommentarbereich. Es gibt natürlich auch wieder einen Testbericht auf der Seite von playexperience.com. Unten unter dem Video ist auch ein Link dann zur Seite. Da gibt es auch viele News über Games, über aktuelle technische Entwicklungen im Gaming-Bereich oder auch im Lifestyle-Bereich. Schaut mal rein und lasst einen Gruß da und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich habe mich für diese beiden Füße entschieden. Wir fangen nochmal von vorne an, würde ich sagen.